Es geht hier wieder weiter mit der Piepserei. Wie kriege ich das weg? Was ist das Ding da, ne? Ich brauche ich nur in der Bergbank weg, ne? Ist das ätzend. So, bei Metro Exodus, wo bin ich denn hier noch? Alles klar, hier bin ich. Jetzt weiß ich Bescheid. Haben wir oft noch Muni? Hat man da wie Munitionsprobleme? Das erste Mal für die Shop, ne? Ich bin schon im Arsch. Ich verret mich auf jeden Fall nicht. Leg mich am Arsch. Jetzt kommt der, ne? Ja. 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 Was liegst du da rum? Was ist das da mal? Oh. Oh. Nein, du spielst dir keine Ziehe, Musiker. Was macht der denn? Oh, bist du bescheuert? Ich fahre jetzt weg, so tschüss, weiß auch nicht wohin, aber keine Ahnung, ja, wo geht's denn hier dann? Autsch. Abgepackt. Oh nein. Komm mal. Es wird zu blöd, um da reinzukommen. Gibt's hier Sachen, Sachen machen lassen? Was hustet der denn so? Das kopier ich gleich. Weil ich jetzt so blöd wie alles bin. Ich brauche eine zweite Waffe. Was? Okay, das kann ich definitiv gebauen. Äh, der hustet und redet gleichseitig, also das ist ja, neues Lied. und damit... Ach. Aber... Aha. jetzt raus okay das kann ich definitiv gebrauchen ah ein werkband nice kann ich die scheiße ab machen wo ist das gepiepste was war denn das natürlich sehr gut die sachen da aber wo ist dieses piepstei hier so weg ist es scheiß dinge herstellen 4 endlich die piepse rei ich weiß vielleicht ist es ja besser aber wie ich das schwachsinn ich wollte eine zweite waffe oder so wäre das möglich gut hier ist nicht so viel hier ist was glück dass hier keine monster sind so wie hier normal gehen wir durch die fenster hier 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 Das gibt er auch noch. Drecksisch. Da ist der Schweine Hund. 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 Wir werfen schon nochmal. Wir werfen schon nochmal. Da ist der Schweine Hund. Pisser. Da, du Schweine Hund. Da, du Schweine Hund. Da unten, Jungs. Kommt! Die Musik, ne? Da, 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 da. Was ist denn da unten? Die Musik, ne? Der Schweine Hund. Da, du hast das. Da, du hast das. Ja, das ist das. Der Schweine Hund. Da ist der Schweine Hund. Der Schweine Hund. Der Schweine Hund. Da haben wir Rambu, ne? Der Rambu verpisst sich aber. Wo sehen die mich denn immer? Wo sind die denn? Wie viel das bitte sind, ne? Ihr versteckt euch, nicht ich. Ich verarsche mich, Elfer, ne? Was macht der? Nein, nein, nein. Schade, dass Fernsehen schlecht für die Augen ist. Das waren alle, ne? Scheiß drauf, warte mal. Scheiß drauf, warte mal. Scheiß mal Jan, ne? Und das war auch das, was sie gesucht haben. Gut, ja, muss man nicht mitnehmen. Das verstehe ich nicht, verdammt. Wo ist der? Da ist er. Ach, das ist der Scharfschütze. Die dreckige Sau war immer noch hier. Dreckige Sau. Okay. Hi, was ist Wodka? Was ist Wodka? Was ist Wodka? Ah, neues Lied. Was ist Wodka? Was ist Wodka? Was ist Wodka? Wodka. Achso, hier ist ein Seihaken. Geht's dann weiter? Achso. Geht's weiter zur Outquest, ne? Aber wir haben ja noch keine Munition, aber ich würde gerne nochmal alles aufsammeln. Schrauben wir nicht runter. Nerd. Nerd, Nerd. Okay, ist nicht so viel drin. So. Nehmt mal mit, nehmt mal mit, nehmt mal mit, ja, und die Ratten auch, die nehmen wir natürlich auch mit. Dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö. Huch, ne? Ne. 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 Vomsschon was gutes. Dö-dö-dö-dö. Ne. Warum spricht er eigentlich grüßelig, wenn er eigentlich in Engländer ist? okay man hat wahrscheinlich mehr von der sorte gelebt als von dir hat man das gewollt man sich das an okay ja okay da verstehe ich das pp also ist gleich herum ppp na guckt euch mal an jetzt liegt er da wie ein haufchen elend wundervoll hat besser geklappt als im letzten mal jetzt mal herz kapper kaspar was geht da weiter so haben wir hier schon nehmen wir sagen was wo ist denn dieser rutsche ne hier nicht warte 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 hier war das ne hier ja aber 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 warum denn ich muss zu spät reagieren gehen auch schnell hoch und die sie ist ja auch kaum scheiß dreht das man direkt instant tot ist ne ohne zu zögern tot ok der hat hier gespeichert ach da unten geht es runter das sollte man den weg nehmen der uns schon für sie hat das ist wahrscheinlich der typ die dreckscheuße die dinger sind super eins und wir müssen Little das Lisa teilweise die 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 ekligen Viecher. Hinweg mit euch, die ekligen Viecher. Oh, Wodka. Tatsächlich, Wodka. Sour Red, Wodka. Aha. 1986. Okay. Das hat mir jetzt gemacht. Wunderbärchen. Das geht nicht schon mal in der Hocke. Oh. Was war das? Kann der nicht um den Super-Jokke gehen? Toll, dass ich Zeit-Ziege-Tour machen will. Das ist gar nichts. Das ist auch nichts. Ich tue ihn jetzt hier auch wieder auf. Ja. Halt mal still. Halt mal still. Halt mal kurz still. Danke. Dass du nicht stillgehalten hast, du Pillner. selber schuld. Musstest du halt leiden. Das kann man ja waffenlos herstellen, ne? Ja, Munition. Oh, ne. Das wäre los. Ja, mal hoch zu ihm. Noch nicht. Ah, das Fenster. Fuck. Das Fenster. Fuck. Ja. Verschwende, du Tier! Schon ekelhaft. Die Tür geht auf. Er ist verschlossen. Ja, ich habe den anderen Weg. Hm? Oh. Oh. Du bist ja noch. Ja. 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 Oh. Leib liegen. Es ist zu dein Besten. Es ist zu dein Besten. Es ist zu deinem Besten, verdammt. Versteh's. Hey, Mann. Hey, ich hör wieder einen. Hey, von wo komm man in der Mitte? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Und von da kam er. Hier geht's, äh. Kommt er rein? Hi. Mutant töten, Erde retten. Er fuckte mich grad ab. Na, warte. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen, während ich das herstelle. Denn Sprombonie. Äh, herstellen. 90 Stück kann man machen. Auch mal herstellen. Was haben wir denn für die Waffen? Für die Große würde ich eher tendieren. Hat die rein, nicht normal. Feuerstoffe, äh, die Kommission. Hm, ja. Ah, okay. Die Schlussvorfolge wird langsamer. Äh, das ist grüner Laser. Roter Laser, grüner Laser. Ach, ist eigentlich egal, oder? Die kommen jetzt nicht aus. Feuerstoß, Verschluss und Standort. Das sind die perfekte, ausgewogene Optionen, wenn man hinzieht. Ich meine, macht sich mehr Schaden, ne? Ich kann's mal, mal dran machen. Ups. Und ne Schuss, Schusswild ist, äh, egal. Geh, weh, 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 weh. Boah, Alter. Junge. Der richtige Arbeiter, voll mit Karacho. Ich geh erstmal hier lang. Oh. Kein. Feuermunition. Oder dieses... Wer nennt man das? Brandmunition. Oh. Oh. Mal hoch. Ne? Oha. Hey, der ist sogar Kölner. Weih, der, schwelle. One. Ja. Und, du bist da. Oha. Und, du bist da. Und, du bist da. Wo kam der denn her? Schau mal, die kommen einfach von hinten. Bleah, stinke Fuß. Schade, ich glaub hier waren wir auch noch nicht, was man von denen nix bekommt, ne? Ich fliege an der Linse. Oh, schade. Hey Piepsen Lass mal spielen. Es ist gerade die Zeit dafür. Hey. Müssen wir jetzt zurück? Ich glaube nicht, dass wir runter... Ah, cool. Hm, hab ich das irgendwie übersehen wieder mal? Wo ist denn der? Hab ich übersehen? Echt viel. Okay, steht da? Hm. Da mal, wohin geht's? Ein bisschen Notizbuch. Kommt man da hoch? Nein. Ich glaube, ich muss einfach nur zurück, ne? So, hier. Hey. Oh. 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 Ich glaube, wir sind falsch. Wo ist denn die Kacke am Dampfen? Hier waren wir ja überall drinnen. Also ich vermute mal, dass wir so hoch wie es geht, gehen müssen. Nur ab einem bestimmten... ... 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